mal seit die nächste die elfte folge clear sky gestern sind wir richtig heftig feuer schrafen brennen ich habe keine ahnung ob man da heute durchkommen das werden wir sehen auf jeden fall was sehr sehr interessant hat akku kenne ich nicht von mir aus ja wir wir sind dadurch ja wir okay ich für euch oder wie man will so wollen wir mal gucken hey funktioniert was auf gleich einmal wieder tot mit euch geht so gar nicht ihr seid nur für die fails da super hier war man genau die schrot ist geladen in 15 sekunden meinst du sind wir schon tot das könnte hinhauen das könnte hinhauen profi du bist ein drecksack so hier unten sind wir rausgekommen genau sagt das haben wir alles aufgesammelt das siehst du das hat mir gestern nicht gemacht was mit der tüte so leute ich sollte da jetzt rein welche waffen wir nehmen wir denn immer die schrot immerhin 160 schuss soll man mal gucken wie wir das hinkriegen also gestern haben wir ja saftigst ja ich habe sagt jetzt das maul gekriegt ich mag nicht und schon bin ich im arsch und weil ich da durchgelatscht bin ich darf da nicht in die suppe rein oder was ich kann doch nichts machen doch scheiße okay wo geht es hier weiter da drüben ist irgendwas was 15 sekunden du hast gesagt 15 sekunden und hast du nachgezählt hast du nachgezählt hast du nachgezählt ja so ich habe keine ahnung wie das hier weiter geht also da hoch können wir nicht da ist kein kein rad zu drehen vorrichtungen sind da aber ein rad zu drehen nicht die nahe kommt schon bitte ne ja ja ne da ist nicht gut gewesen ne Au! Das war laut! Ab doch! Ja, 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 ja! Okay, oder? Ja, okay. Gut zu wissen. Also außenmodell laufen ist schon mal besser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht nehmen wir doch mal die Würfel. Was ist denn eigentlich die Taste für schnell heilen? Ich habe das schon wieder nicht im Kopf. Das ist Wahnsinn. Schnellverband plus Medikit Ü. Detektor O. O? Mach mal das schon. Das ist verband. Okay, das ist aber nicht so. Also, wir gehen da wieder rein. Jetzt gehen wir doch mal nach uns. Ich weiß dann noch, dass ich schon so glücklich bin. Ich bin nicht in die Mutter. Okay. So, dann gehen wir doch mal hier weiter. Ja, jetzt hat er mich wieder gesehen. Ja, jetzt hat er mich wieder gesehen. Boah! Ich habe wieder so ein Vieh. Ganz kurz. Jenny, was los? Was los? Achso. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt kann man Mittagspause. Du voll hast. Wie? So. Na, habt ihr euch schon was einfallen lassen? Wie soll das gehen? Kann ich mich ranpilschen? Ja, ist schon mal dran. Oh. Wir fahren so. So, ich muss vielleicht noch mal gucken. Der Verband hat viel gebracht. Ich wünsche nix. Und da war was. Granat hinwerfen. Ey, wir haben schon mal länger überlebt. Ach so, wie? Ja. Das ist mir echt unheimlich. Wieso geht die Lebensanzeige wieder hoch? Guck mal, ich bleib hier stehen. Ich tu die Lebensanzeige hoch. Das ist cool. Drück hier vor Drück hier. Na? Okay. Das ist so ein Vorteil, wenn die hier hoch geht. Ich kann mich gleich überholen. Dann muss sich das jetzt überlegen. Danke. Wenn die nämlich hier so hoch geht. Ich guck mal, jetzt gehst du noch schneller. Ha! Jetzt mach mal ein Quicksafe davor. Hihihi. So. Wir versuchen das jetzt mal so. Ja, 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 ja. Wo bist du? Dahin. Hopp. Och, scheiße. Hopp. Gibt's ja gar nicht. Au. Okay. Die Dinger brauchen wir jetzt nicht. Ey. Wenn ich so gut kann. Wie viele denn noch? Woah. Boah. Oh, Tür ist auf. Ja, ich weiß. Oh, nicht so wie der Ölkändchen. Ah, klar. Was? Das ist sofort das Gefahrengebiet. Ey, Leute. 38 Sekunden Zeit. Super. Genug. Gute. Wenn das nicht so unscharf wäre. Ah, jetzt sehen wir wieder was. Hih. Die Ratten verlassen das Ding mit dem Schiff. Geh ich auch nicht näher. Äh. Scheiße. Achso. Achtung Ab später Ich habe vergessen zu speichern Scheiße Okay Na komm Doch Was war das für ein Eimer So Leider Gottes Ich bleibe jetzt hier Hört auf Da Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen stehen Damit ich wieder etwas mehr Energy bekomme Ich sehe gerade Hört man mich eigentlich Oder ist es für euch zu laufen Also Spielesound zu laufen Er mördere den Ein Einzelnen Ja okay Das ist übrigens jetzt schon mal etwas Damit können wir arbeiten Was? Oh der hat mich nicht gesehen Ne Ach komm Jetzt Nein Verreck So jetzt aber F5 So nach links geht nicht Es ging nur nach rechts Gucken wir mal So Da ging nicht Da kommen sie alle her Und es geht nur nach hier So So wie soll ich hier drunter durchkommen Das ist unfair Wie kann man sich hinlegen Fahrrad zurück Jetzt springen Kriechen Steuerung Immer kriechen Nix Robben Umschalten Aha Äh Aua Umschalt Funktioniert nicht Okay Das müssen wir erinnern Umschalt C Können wir das auf C nehmen Benutzen Oh ne Das ist typisch die Engine Machst du irgendwas Klack Schwarz Bildschirm Da ist er wieder Was denn jetzt Safe Game gelöscht Ne zum Glück nicht Kann man noch ne Pommes beiessen Ehrlich Wie was Cool Ich kann hier nicht kriechen Das ist doch echt scheiße Sprinten Robben Robben ist sie Die muss zur Begabe Aber ich kann gehen Okay Ich rufe die Kundelkopf Wir lassen den Hut geflügt werden. Sie ist crouched. Ja. Das ist Kackernlauf. Super. Komplett uninteressant. Ich möchte da nicht noch explodieren. Gucken wir da noch rein. Da ist die Tür. Okay. Cool. Game over. Tach bei Obstmenü. Sunny, du weißt so, wie es weitergeht. Komm, erzähl. Okay. So. Okay. Okay. Weiß es nicht. Gut. Ja, dann bleibt jetzt nichts anderes übrig. Da ist alles zu. Da ist alles zu. Da kann ich nicht hin. Da, da. Führen wir mal hier durch. Da ist noch ein Rädchen. Gehen wir da hinten. Da ist noch ein Rädchen. Da ist noch ein Rädchen. Da ist noch ein Rädchen. Da laufen alle da lang. Ich komme an den Lacklein. 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 Einen Vorteil hat es. Dass wir hier stehen. Die Lehmmelsenergie wieder aufgeflutet. Ohne dass du auch es tun. So. F5 sprechen wir jetzt wieder auf der Stelle. Auf Gänzen. Da rechts können wir nicht hoch. Ja, ich gehe ja schon. Ich laufe in die Gegensitzrichtung. Jetzt kann der nicht mehr. Ey, ich habe da 5 Sekunden viel. Da hinten ist die, da ist die Leute. Da, da, da. Vom Affe hätte ich ausgemacht. Nein. Bring doch mal eine in das Ölkännchen. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo es lang geht. Der kann ja. Okay, go, go, go. Geh da weg jetzt. Komm, mach auf. So. Lass es laufen bei ihm im Moment. Jetzt ist er außer Atem. Gibt es noch eine Hohendose? Klar. Ah. Jetzt habe ich vorhin dran denken müssen. Okay. Da muss ich noch hoch. Ja. Bisschen hoch. Noch weiter. Gut gemacht, Stalker. Jetzt, da die Tunnel überflutet sind, dürfte alles etwas einfacher werden. Wir stehen in deiner Schuld. Melde dich bei mir wegen deiner Belohnung. Ja. F5. Quick realmente. Da hat mich doch eben meineène geschrieben. Ja, hier bitte. Höööö. hoch oder rein, ja, wir gehen mal vor. Ja, wir gehen mal vor. ... die Tür ist, und so. ... die Attacke, oder gut, ja? Alles toxisch, Schutzkleidung, Schutzkleidung, das ist richtig. Ich sehe ihn, man. Da? Geh nie da... Nein! Ah! 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 Geh ich da jetzt hoch? Ne! Ah! 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 Das Rauschen geht dann wieder vor auf den Keks. Ah! 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 Ach! Ah! 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 Funken die Den kann man nicht aufrufen lassen, probieren wir mal. So, wir sind wieder. Was? 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 So. Okay. 9,39 brauchen wir. Wir müssen jetzt erstmal aufrufen, ich bin massiv, das ist schwer. So. Alles voll. Alles voll, was das hier ist. Ach, da ist er schon. Sachbar. Aufräumen. Ja. Ja. Aufräumen. 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 Also laut meinem Schlagplan auch. Auf jeden Fall geht es nicht mehr. Hier waren wir doch auch schon mal. Wollten sie mich doch auch schon anziehen, ey der. Ich werde es nicht mehr weitergeben. Oh, diese Stille, herrlich. Jippo, was hast du geschrieben? Ohne Rollator? Ich hab mich da dran voll verschluckt. Jetskicks. So, Licht aus. Aua. Der Fall sagt, ich muss bloß noch mal da rein. Musst du jetzt noch mal runter? Äh, anscheinend schon. Der Fall ist immer noch da. Wird die Treppe zu früh hochgegangen? Na dann auf, komm. Das machen wir noch in die Mittagspause. Gehen wir eine Etage Tiefe. Ei, 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 ja. Ja, Strelok hab ich im ersten Teil leider Gottes getötet. Also, den hab ich schon damals gekillt. Der war... Okay, also ich muss dann doch wieder rein, eine Etage Tiefe, um den Blödmann von Strelok auszuschalten. Na gut. Hallo. Hallo. Äh. Hallo? Da geht's jetzt aber eins hoch. Auf welcher Höhe sollen das sein? Auf der Höhe? Aha. Also wieder zurück? Wollte ich mich verarschen? Ach da, in den Raum rein. Lüchtern. Gimmi, Licht. Joana, 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 for the morning come. Ah, hallo. Ach, dieser fackige, mickige Tunnel, wo ich wieder nicht hochgekommen bin vorhin. Ist der da? Okay. Ach, der jetzt geht. Witzig. Hallo. Wierst du? Ich bringe doch das Licht an. Wie? Wieso keine? Ah. Brr. Bäh! So, die können wir gleich wieder alle fallen lassen. Dann brauchen wir nicht. Näh. 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 Uh-huh. Gut, das machen wir jetzt noch. Sehr interessant, also wir müssen jetzt zum See und müssen ihn abfangen. Bin ich mal gespannt. Auf alle Fälle ist es nicht mehr ganz so laut wie vorhin. Das ist so etwas nervig. Weißt du, wieso ist das jetzt rot? Nee. Nicht gut. Do not do this. Oh fuck. Und der läuft halt auch so scheiße. Nichts mehr raus. Ja. Und morgen geht es dann zum See. 40 Minuten war doch schön, oder? Morgen machen wir um 13.15 Uhr, 13.30 Uhr wieder die halbe, dreiviertel Stunde. Und da werden wir uns dann bemühen. Rede mit Sararow, verlasse den Untergrund. Genau. Juhu. Bis morgen. Genau so ist es. Blah. Später. Tschüssi. 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 Tschüssi.